Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Mit welchen Kräften, mein Führer? Dann ist die 9. Armee verloren. Mit welchen Kräften, mein Führer? Dann zahlt die Armee! Kehrt was! Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann ist die 9. Armee verloren. Dann entlösen wir die Westfrau. Dann zahlt die Armee! Kehrt was! Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt!